7 8 9 10 Oh! So, die wechseln hier gerade gut durch irgendwie, das läuft schon irgendwie. Personale Herausforderung, keine 10 Patienten, okay. 11 Oh, 2 machen gerade Pause, okay. Ähm. Oh! Oh! Maintenance Announcement. Bids will become full. So. Da warten einige Leute. Ich glaube, ich muss hier mal in noch ein Grundstück investieren. 45 30 30 30 40 40 40 40 Das schaffen wir wunderbar. Oh. Oh. Okay. Es ist klar, dass das Krankenhaus sich kostendeckend arbeitet. In diesem Level ist das gar nicht möglich. 5 20 31 32 Ach, ja. So. Gut. Nice. Unser Ruf steigt. Unser Krankenhaus-Dings auch. Dann können wir hier drüben... ...irgendwie... ...eine allgemeine Diagnose bauen. Sekunde. So, ein Heizkörper hier drinnen. Kriegt eine Kaffeemaschine hier rein. Dann bleibt er vielleicht länger wach. Prestige 2. Okay. Installiere ein Upgrade. Okay. Ähm... Dann. ... 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 den Debugger. Einfach nur ein Arzt, okay. Das ist doch gut. Ich muss niemanden Upgrade installiert. Das ist sehr gut. Da ist jemand Da muss jetzt gar nicht groß irgendwie Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Geld in Forschung stecken. Außer wir müssen ein Forschungs Dings Na? Gut. Was ist das denn? Reinige acht Toiletten. Okay. Wir haben nur vier. Oh. Wir haben noch keine Toiletten zu reinigen. Die Leute gehen auch nicht häufig genug aufs Klo. Au. 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 Das sieht interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Schön. Schön. So, bis wir acht Toiletten reinigen können. Eins. Bis wir acht Toiletten reinigen können. Wir müssen jetzt immer mal wieder gucken. Psychiatrie benötigen. Psychiatrie benötigt. Du wartest mal. Gut. Bist du? Ja, du bist ein Psychiater. Ähm. Haben wir hier noch Platz für eine Psychiatrie? Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Da müssen die sich hier zwar durchquetschen, aber hey, was soll's. Was soll's. Ist mir egal. Das Leben ist so schlimm. Ähm. Heizkörper. Und ein Mülleimer. Ganz wichtig, eine Mülltonne. So. Es geht jetzt ein bisschen ins Geld, aber ich hätte das gerne auf Prestige 3. So. Dann. Weitermachen. Nein, 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 nein. Nice. Weiterbildung abgeschlossen. Du darfst Pause machen, sobald der da durch ist. Wir haben keine... Wir haben keine Ärzte. Oha, da warten einige. Da warten einige. Ähm. Ja doch, wir haben hier zwei, die... Wir werden aber auch dafür noch einen Arzt brauchen. Das kommt dann auch noch. Das sieht sehr interessant aus mit dem Kerl. Ha! Zwei! So, das wird sie direkt. Sie stirbt. Okay. Okay. Wir müssen jetzt ein bisschen... Weiterbildung benötigt nicht jetzt. Wir müssen jetzt ein bisschen haushalten. Kratmos Attraktivität von 70. Wie ist denn meine Attraktivität zurzeit? Oh. Notfallstation. Eine sechs Patienten. Dazu fehlt uns ein Bett. Sekunde Pause. Bearbeiten. So. 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 Weiter geht's. Wir müssen unser Kranken... Halleluja. Jessent. Pixeliose. Oh ja. Das will ich mir... Das will ich mir ansehen. Ist hier... Yo. Schieb die Leute einfach weg. Natürlich. Ne. Da fehlt ein Arzt. Da fehlt ein Arzt. Komm. Okay. Nein. Da kommt einer. Ich möchte sehen, wie das aussieht. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Sieht bestimmt herrlich aus. Die Leute gehen nicht häufig genug aufs Klo. Uns fehlt ein Psychiater. Das ist, ähm... Das wird schon. Das wird schon. Discofieber. Psychiater. Haben wir jemanden auf dem Weg? Nein. Nein. Dafür haben wir... Nicht genug Ärzte. Aber... Wir können einen einstellen. Der dann... Okay. Jetzt haben wir einen umsonst eingestellt. Aber hey, was soll's. Der da. Du arbeitest im DNA-Labor. Wo ist unser Hausmeister? Oder einer unserer... Ach, hey, da ist was fehlgeschlagen. Ach, hey, da ist was fehlgeschlagen. Das wird ein sehr schwieriges Level. Das wird ein sehr schwieriges Level. Man will kein Geld kriegen. Ach, ja. Wir kriegen kein Geld. Und die Toiletten... Es ist doch alles sehr... sehr schleppend. Und... Keiner der Leute hier aufs Klobos. Meine Güte. Wir machen unglaublich Verlust. Und wir kriegen kein Geld rein. Wir kriegen kein Geld rein. Ei, 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 ei. Ich hab kein Geld für zusätzliche Ärzte. Ja, ich weiß. Wir sind hier gleich... Wir sind hier gleich pleite. Das ist 2-2-2-1-Radio. Ich bin erst das Krankenhaus. Die ist glücklich. Schön. War hier irgendjemand zwischendrin aufm Klo? Nein. Schade. Ansehen. Immerhin. Haha. Immerhin. Immerhin. Ha! Wir haben Geld bekommen. Wir haben Geld bekommen. Beförderung. Okay. Wenn du nichts reขos!